so auf kühlung 2 level 2 30 das zweite secret exit äh secret level nachdem wir das erste mit den 50 cyberdemon erfolgreich beendet haben da ist ein key, da ist ein key, da ist ein key, da ist ein key wir hätten diese ganze secret exit nie, äh die ganze secret levels niemals betreten dürfen das war so ein fehler wir werden so hart sterben wir werden so hart sterben na komm geh auf oh leckern wir mal das geht nicht lass mich raus wo gehts hier raus ach da wo doch nicht hä ähm ach lol leck mich hier gehts direkt weit ähm gut ich lock die ganzen fischer erstmal weg erstmal ein bisschen strategie ja da hilft mein super geimer dialekt echt genial ja so Meine Fresse. Mal wieder ein bisschen Verrüstung hier. Was? Moment mal. Halt, stopp. Wo kommt der denn jetzt her? Was für Viech? Ist irgendwas aufgegangen oder was? Ja, leck mich doch einmal. Hallo, halt. Oh, Kaffe davon. Danke. Fick da, Ficky, Fick, Fick. Nein, das Ding werde ich mir aufheben, weil ich nicht weiß, was kommt und ich fest davon ausgehe, dass hier garantiert wieder irgendwo 20 Cyberdemons sind. Von daher würde ich erstmal die Dinger hier benutzen. Äh, danke, danke. Okay. The question is, wie komme ich da rüber? Muss ich da rüber? Hier sind noch zwei Secrets. Ähm, wo noch nicht? Doch. Hä? Was muss ich hier machen? Also hier kann ich doch nicht lang, weil ich brauche irgendwas. Ah, klar. Ach so. Ist ja jetzt nur etwas, was ich jetzt noch nicht brauchen kann. Was? Wie zum Fick ist. Ich muss die Tür berühren, ernsthaft? Nee. Tatsächlich. Leck und Mio. Ja, ich geh nicht ficken. Leck und Mio. Ja, dann fickt euch doch. Oh, jetzt erstmal schön. Erstmal alles hier. Jawoll. Oh, la la la. Oh, my goodness. Das wird ein Horror-Korn. Das wird ein Horror-Korn. Das wird ein Horror-Korn. You bitches. Please go away. Yay, yay, yay. Das muss ich hier machen. Ich hab keine Ahnung. Oh, noch so ein Viech, Alter. Ich glaube das nicht. Ich kriege auch du Scheiße. Ach, du Kacke. Wer macht sowas? Ganz ehrlich, Leute. Wer macht sowas? Hä? Hä? Ah! Ist ja sehr intuitiv gestaltet. Leck und so ein Arsch. Ah, das ist doch fick. Nein, jetzt wurde ich hier unten. Ich wollte die gar nicht hin. Ah, fick da. Fick, die fick, fick. Wir messen hier Vuittil ein. Wie for's die Name der D Shark? Mach wer! Mach wer! Mach wer! Mach wer! Em! So, jetzt wird alle machen, was er wollte. Oh Gott, das wird so eine Katastrophe werden. Das wird so eine Katastrophe. Oh Gott, das wird so eine Katastrophe. Oh Gott, das wird so eine Katastrophe. Oh Gott, das wird so eine Katastrophe. scharf fühlt oh mein Gott fuck oh Gott das Level wird so fucking lang werden alter Schwede ok die Frage ist wie machen wir das allgemein oh was ich tue mich damit natürlich wieder selber weh war natürlich super klar ok wir haben relativ viel von der Pistole wir haben auch naja wie ist ein Shotgun haben wir auch also 100 jetzt vergesst mit den anderen Sachen eher wenig aber ist zumindest nicht voll am besten wäre eigentlich der Flammenwerfer leck mich doch noch nein das tut mir das weh verfick das scheiße nein leck mich doch leck mich doch ne das wird also definitiv auch nichts Junge ne 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 Ich hab noch 6 Hertz! Ah, da schau ich jetzt wieder tot. Uh, da! Ah, da! Fuck, 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 fuck! Boah, die da oben nennt! Ah, da ist schon längst tot! Ah, da ist schon längst... ...und dann... 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 ...so... Oh my goodness. Fuck. Ich will sterben. Ich hab dich gespeichert. Okay. Oh. 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 Da kommen wir? Hallo? Okay. Okay. Vielleicht mal erst nachladen und dann die ganze Kack. Nein, 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 nein. Wo ist der Rote jetzt? What the fuck is going on? Wo ist der jetzt? Da hinten. Alter, leck mich doch. Was machst du denn hinten, Junge? Komm mal her jetzt hier. Komm, komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jawohl. Anproben. Dankeschön. So, damit sind zwei der schlimmsten schon mal weg. Wo ist der jetzt schon wieder? Ach, der ist schon wieder da hinten. Was macht ihr denn da hinten? Was wollen wir da hinten? Gibt es denn Zeitung oder was? Wow, das war ja natürlich optimalisiert. Da gibt mir die Post. Falsche Waffe. Ja, da bin ich doch voll. Ja. Ja. Oh. Da bin ich doch voll. Geil. Leck mich doch. Okay, dann wollen wir gleich mal hier. Äh, halt. Nein, halt da. Ah, ich hänge. Boah. Ach, du, Kacke. Was? Meine Fressen, was verfolgt hat mich denn? Meine Fressen. Leck mich doch, du, Wendor. Hallo? Komm her. Krab an. Los. Was? Wow. Keine Gewalt hier. Ja. Ja, ich... Dass sie über dein Ding gehen. Ich verstehe das nicht. Gut. Äh, ein bisschen zu tief. Egal. Aber sind sie noch mehr? Ach, du Scheiße. Fuck, 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 fuck. So. Ey, halt, halt, halt. Oh Mann, 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 oh Mann. Was? Alter, ich will nie mehr leben. Am dran. Ich dachte, ich hätte den schon gut gebracht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jude! Das Schöne ist, die so weit weg sind, können diese Archivels nicht wiederbeleben. Ah. Was ist noch? Ach, nö. Er ist doch jetzt. Komm her. Junge. Dankeschön. Oh, was haben wir denn da wieder weg? Was? Danke dafür. Boah, Alter, noch nie im Leben. Das gibt's doch gar nicht. Aber es werden immer mehr Gegner. Danke. Schnell weg hier. Bevor die wiederkommen. Ach so, ich hab's. Na klar. Erstmal daran, natürlich. Das macht natürlich Sinn. So, der Virat hat dann auch geschichtet. What the fuck? Wie viele hier sind. Oh, das ist besser. da kommt er ich bin doch locker aufgewischen ich dachte die könnte ich linken halt da Ah, ah, okay. Ah, ich bin da. Also langsam wird meine Mission echt knapp hier. Ah, weg mit dir. Wieder in der Videobacht. Ah, bitte nicht. So. Hallo? Ich hatte drei Schüsse reichen. Ah. Ah, wow, ich kann mich hier nicht... Ah, Leute. Er kommt. Oh mein Gott. Ah, wow, ich kann mich hier nicht mehr verletzen. Diese Alter, die Fertigung hier dauert, ist ewig. Ah, komm. Ah, komm. Ja, ja, endlich mal Ruhe hier. Dazu gehört er heute gar nicht mehr auf. Ah, wer denn? Hä? Hä? Hä, von Wur denn? Der kann mich hier... Nee, man hat auch kein Sinn. Hä? Wie kann der mich hier... Ah, es gibt noch zwei. Es hört nicht auf. Wow. 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 was macht man denn hier was alter also langsam von wo denn ich bin hier in dem sichtfeld von fucking niemanden ja klar ich hab doch ich wüsste mir echt gerne mal von wo ich hab keine Ahnung Ach du Scheiße, du halt geh mich ficken. Was? Halt die können hier rüber, ja leck die doch am Arsch. Ah Gott, so viel zu meinem Plan, wo bin ich jetzt? So, dann geh ich erstmal hier und versuch erstmal diesen Arschwell zu erledigen. So, jetzt kommst du dran. Dankeschön. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier ein bisschen... Gott, wir haben noch ganz schön viele Raketen dafür, dass wir so viele verschossen haben. Das einzige, wo wir jetzt noch arm sind, ist tatsächlich bei der normalen Pistol. Also bei der Pistol-Munition natürlich. Was? Degar von wo, ist hier irgendwo ein Loch oder was? Ja, da ist das drin, ich glaub das nicht. Wow. Gut. Die Frage ist nur, wo wir sehen, ob er tot ist. Geht doch. Hätte sich die Frage jetzt auch erledigt. So, jetzt hin auf die beiden Raketen und dann haben wir die Raketen auch wieder voll. Sehr schön. Wieder ein Arschweil weniger. Gott. Ah, jetzt haben wir wieder alles einsammeln. Ach man, oh, ich will immer leben. Schön. Wer kam jetzt nochmal auf die Idee hier mit den Secret-Maps? Ja, fremdliche Vor. Ich auch entschuldigen. So, hier haben wir... Da, da. Da, da. Oder auch nicht. Oh. Dembole-Munition. Ja, komm hierher. Ach ja, siehst du. Danke. Was? Ach ja, da war ja was. Ah, na, schau mal einer an. Was hat das jetzt gemacht? Wenn ich fragen darf. Außer gar nichts. Wollen wir wahrscheinlich die ganzen Waffen nachladen, ne? Äh, nein. Nein, nein. Wie kann man jetzt? Die hier. Hä? Halt. Das da. Okay. Okay. Junge. Okay. Dann auch wegkriegen. Oh. Aha. Na, schau mal einer an. Wenn das Ding mal davor noch nicht da war. Yay! Wir haben den ersten Key. Fick dich ins Knie. Okay. Ah, hier ist noch ein Raketenwerfer. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir jetzt als nächstes mal hier rein. Hier war ja das mit dem Cyberdemon. Alles andere haben wir hier soweit schon. Soweit ich zu blicken kann. Äh, ja. Hier ist noch irgendwas. Dankeschön. So, hier haben wir auch alles. Außer da hinten. Da müssen wir noch hin. Keine Ahnung, wie wir da hin kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder jetzt frage ich mich gerade mal. Sind da auch welche drinne? Zumindest haben wir hier nicht eingegriffen. Hm. Scheint nicht so. Dennoch sind hier noch wie vor zwei Sequels drinne. Und ich wüsste gern, wie wir an die rankommen. Na gut. Erstmal machen wir hier sauber. Und das kann heftig werden. Wobei. Es hält sich tatsächlich in Grenzen. So. Ja. Lecker mio. Holy moly. WTF. Nein. Geht doch. Ey. Fast sogar. Wir haben wieder. Boah. Wir haben wieder voll. So. Jetzt kommt das hier. Okay. Ähm. So. Dann haben wir jetzt den gelben. Wir brauchen noch den blauen Schlüssel. So. Da hinten haben wir noch Raketen. Brauchen wir gerade auch nicht. Also wir haben die haben wir als Reserve. Dann können wir Hul, hier bin ich falsch. Dann können wir mit dem. Hä? Wo muss der jetzt so lang? Da. Dann können wir jetzt also mit den Raketen, die wir hier über haben. Erstmal den Cyber Demon platt machen. BZW. Wir haben auch noch diverse davon. Und davon. Und davon. Okay. Frage ist, mit was machen wir jetzt? Wir sprechen erstmal und probieren wir einfach mal durch. Was? Weil wir so deep sind! geht doch war gar nicht mal so schwer hier ich bin bezügt entglückt was ich bin entzückt beglückt wer ist auch egal sehr schön dann haben wir alles soweit das einzige was wir nicht haben ist von der pistole da fehlt uns ein bisschen was mittlerweile aber egal ist nicht so wichtig so hier kann man wieder ein bisschen auffüllen da war einmal hier ja das muss ich gerade nicht aufheben wir hatten noch unsere zwei packs die frage ist nur wo war das genau das war es hier möglicherweise gibt es noch einen endgegner ach ja hinten war es genau die hatten wir noch so brauchen wir noch eine rakete und die kriegen wir hierher ok am meisten haben wir von diesen cell dingern haben wir noch sehr viel da haben wir 40 über ne 140 haben wir über gut dann werden wir also erstmal primär mit der und mit der cell arbeiten so hier muss ich wieder drüber glitschen weil ja das ist ja wieder das was noch ein bisschen buggy ist oder uns einfach alles zurücksetzt das wollen wir ja nicht oh mein gott wir haben die karte und jetzt ist die frage wie erledigen wir den am besten am besten aus der ferne das problem ist nur äh je weiter der typ weg ist desto größer ist sein streu wir müssen also quasi hier aufpassen dass wir nicht von den raketen die überall rum fliegen denn getroffen werden die Wow! Ah, wow, das war genau das, was ich nicht wollte. Trotzdem danke dafür. Aber treffe ich den mal? Wow, ich habe die ganze Zeit zurückgeschossen. Oh, ich wollte gerade sagen, wie lange dauert der noch, bis der mal krepiert ist. Das ist doch nicht mehr normal hier, das ist doch ein betrügerischer Betrug. Ja, das war jetzt dumm. So, war es das zweite Ding? Das war in dem Ice Secret hier drinnen. Da war das. Genau. Bam. Gut, hätten wir wieder. Gut, holen wir bloß noch die Blubber-Rüstung und dann brauchen wir noch das Ding da und dann machen wir alles. Sehr schön. The question ist, wie kommen wir da ran? Offiziell haben wir jetzt die Karte, aber so ist ausgeregt wie überhaupt nichts. Da hinten ist die Gang. Können wir das denn von hier aus ran? Ach, das Ding da, Alter. Ja, gut. Ich sag mal so. Wow. Gut. Äh, ja. Also hier ist erst mal nichts weiter. Wir haben gerade mal eins von 80 Güts gefunden. Das ist echt schlecht. Ich sag mal, geht auch nicht. Äh, die Karte rüttelt genau gar nichts. Wow. Wer hat diese scheiß Karte gefunden? Alles, was wir mit der sehen, haben wir bereits gesehen. Das ist das Exit, richtig? Ja. Das war schon fast klar. Das tut es also auch nicht weiter. Hm. 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 Oh Gott. Oh Gott. Keine Chance. Schwerkraft. Schwerkraft. Gibt's doch gar nicht. Okay Leute, das ist der Latzpack auf hier. So, bam, bam. Hey, jetzt gar nichts hinter. Doch. Aber wie soll wieder normalerweise hier hochkommen? Das macht so wenig Sinn, dass das schon fast peinlich ist. Hä? Hier ist gar nichts. Aber natürlich wollte ich das gerade verarschen. Hier haben wir doch probiert. Wir haben doch hier vorhin probiert. Oder nicht? Ich könnte schon, dass wir hier vorhin probiert haben. Das waren 6 Secrets? Wo waren das? Wo waren das? Wo waren das 6 Secrets? Wo war das? 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 Nee. Das war nicht so. So, da gucken wir mal mal dahinten noch nach. Ja da haben wir ja auch geguckt gehabt, aber... Nachdem Frlaw's Di succedzukommen bin ich nur heute doch bei nichts mehr sicher. Ja. Zinilitäte Over9000. fuck off, komm, wir gehen nach Hause das ist nicht viel zu kompliziert da hinten ist auch noch was da ist auch noch ein Secret also, das muss noch ein Deraport hergehen oh Gott, oh Gott, oh Gott aber es ist doch gar nicht so ein Teleporter da war das blaue Ding drauf da ist jetzt wieder die Teleporter dahinten hä? ach der Raum hier als solches ist noch ein Secret, der leck mich doch am Arsch keine Fragen, euer Ehren also das hier ist, die Map ist ein bisschen vor allen Dingen, dass da hinten ein Secret ist dass da ein Secret ist, obwohl da gar nichts ist und so weiter und so fort beziehungsweise, das war wahrscheinlich der Weg da komisch gestaltet die Map sehr komisch gestaltet die Map na gut nicht weiter mit auseinandersetzen sonst kriegen wir nur Albträume das wollen wir alle nicht und jetzt sind wir endlich wieder in einer normalen, in einer ganz normalen Map holly molly oh ja, ich will immer sagen, ich schaue mich voll ich will immer sagen, ich schaue mich voll